Ich versuche in jedem Level Alle Geschenke anzusammeln Obwohl das scheiße schwer ist Und ich spiele so bescheuert Man kann doch mit Joypad spielen aber Ich könnte auch mit rechts Ach du scheiße Ach du scheiße Das ist das einzige Du kannst Alter Du kannst ja nicht gut steuern Nein Ah Ich kriege keinen Strike Ich Ah Weiterspielen Ne 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 Jetzt spiel ich So Tastatur so Ah Das ist viel 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 besser Nein Oh leck mich am Arsch No Boah leck mich am Arsch Ich habe die Geschenke nicht Jetzt seht ihr jetzt bin ich wieder da Alter Ich bin so blöd Kann mir einer mal sagen Wie das heißt Wie das heißt Ich bin so blöd Nein Oh leck mich am Arsch Meine Güte Ah Weil ihr habt so nen Ich bin so geläht Ihr werdet bin Wie christmas wie Ihr wischt Ihr Faking Ey wenn ich es jetzt nicht schaffe Ich raste so aus Nein Fég dich doch okay der kann mich nicht treffen oder was das ist hier eigentlich gar nicht getroffen war ich bin hier drauf oder hier mal man fällt ins ins nichts auch total bescheuert wieso fällt mir ins nichts ich bin so hoch oder wie ich hab doch gar nicht getroffen was ist das für eine scheiße leck mir im arsch ohne witz das ist mir egal ob das jetzt nicht stimmt es war ein bug und das nein 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 seid ihr wahnsinnig das war geil das kann man das dazu geschmackt hat aber das ist das natürlich gespackt oder der hätte die die sprung das nicht gespackt oder okay ich dachte ja ich kann es schaffen wahrscheinlich haben lasst euch das auf der zunge zergehen ich hab ich bin wieder so blöd an so blöd pp da bist das ist schwierig nein nein wie es geht zurück ich sterbe lieber ich will das geschenk an der wendung dabei das ist auch gerade gesehen wo die drei geschenke liegen dein ernst echt so aus wenn ich mich zeige also nein ich bin gut selbstlob extrem alter das beste ist aber noch nicht immer alle geschenke alter alter was geht mit mir los was geht mit mir los was ist eine arsch geigen ich habe auch ich habe das später mal okay auch nicht nein nein hey dort meine letzte alte wollte meine letzte nicht annehmen was ich mir davon verarsche die schweiztastatur nicht weggeschmissen hätte ich noch behalten können aber nein was muss er machen da muss natürlich die wegschmeißen kann ich mache nur ein paar raus weil ohne witz ich habe das nicht mehr auf dieses zahle klauschen job weil man das natur also du eh was am arsch ist ja das stativ geht mir danach zurück nach zurück genau legt am arsch ist